Unsere Nummer 35, Balessio. Dieser Fuchs war nachgeborenen Jahr 2020, er ist 1,67 Meter im Stockmaß gemessen. Balessio ist ein typisch schönes, noch etwas jugendlich wirkendes Nachwuchspferd mit wertvollem Grundgangartenpotenzial. Seine Arbeitsbereitschaft macht ihn zu einem Ausbildungspferd par excellence. Seine Halbschwester Zalua von Soliman de Huys erzielt unter Viola Alexandra Burzio Platzierungen im 1-Sterne-Dressur. Aus der zweiten Generation seines Mutterstamms ist der S2-Sterne erfolgreiche Draco von Don Larino unter Mana Michel. Ladies and Gentlemen, Lot No. 35, Balessio. This chestnut galding is born in 2020. He is 16,13 quarters hands high. He is by By Your Side, Don Larino, Weltmeier. Balessio is a typey, still somewhat youthful looking young horse with valuable basic gait potential. His willingness to work makes him a training horse par excellence. His Halbsister Zalua by Soliman de Huys is placed in medium 1-star level dressage competitions under Viola Alexandra Burzio. from 2-Special Ashfer inc. The Samuels this year could be werk still with the resurrection.